Und ja, schon vor Puh, 2. April, Mai, Juni kommt Ende Juni und Juli, August, September, Oktober kommt dann die letzte. Und ja, ich würde sagen, wir spielen heute wieder auf Old School. Selten, aber es kommt heute mal was und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Episode 3. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Oh, my God! Oh, my God! So, we're test. Testi. So, we're test. So, we're test. That would. Hoppy, don't! Hey, what do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. I fucking knew you're one of them. Du bist so richtig, dass sie ist. Wenn du mich möchtest, dann möchtest du mich möchtest. Wie geht's, dass ich dein kleine Freundin hier stelle? Holy shit! Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon an, wie du spielst. Oh mein Gott. Das bedeutet, dass wir nicht versuchen können. Ich weiß. Es ist einfach schwer, dass sie sich verwendet haben. Das ist alles. Wir kommen da hin, wir holen den Tank, und wir kommen nach Hause zurück. Wir kommen nach Hause. Wenn wir glücklich sind, wir nicht sehen, dass sie ein einziges von diesen Sachen sehen. Fingern gefeiert. Wir kommen nach Hause zurück. Hier ist es. Wir müssen nur den Tank nehmen. Wir müssen nur den Tank nehmen. Gott, damm es! Natürlich ist es in der Tür. Warum haben wir das Glück gesagt? Senang, King. Geh, vielleicht ist es, dass wir alles gibt, was wir da nutzen können? Ok. Vielleicht. Aber wir sind nach dem Tank rausgebracht. Nein, ich dachte nur, dass wir das erste Mal einen verdammten Freizeit haben. Nein, ich dachte nicht, dass wir einen Freizeit haben. Boah, das ist ein Kind. Oh, das ist böse. Ja, es ist zwar ein Kind, aber es ist trotzdem ein Zombie und das ist halt eben das Brutale oder da ist der Unterschied. Entschuldigung, ich war einfach so f***ing Angst. Du hast gebro, es ist okay. Ich wollte ihn töten, ich wirklich habe. Aber ich weiß ihn. Das war ein von Gabe's Freunde. True. Er war so süß. Er hat immer ein Lachen auf seinem Gesicht. Entschuldigung, dass du das gesehen hast. Ich bin sicher, dass er ein guter Kind ist. Er ist nicht mehr ein Kind. Er ist einfach... ...eine dieser Dinge. Ich weiß nicht, was sie zu sagen. Wenn sie nicht Menschen sind, wenn sie nur die Möge sind... ...möge sind... ...möge... Das ist das, was wir sagen. Ich dachte, wir werden sterben. Ich dachte, Gabe und Mariana werden nur aufgewachsen. Wir werden einfach... ...möge sein. Ich bin hier, okay? Ich bin hier, du hier bist und wir noch leben. Das ist das, was wichtig ist. Können wir zurück? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich weiß, dass wir alle hier in der Haus bleiben wollen und warten können. Aber es hat drei Monate, seit er mit deinem Mutter verlassen hat. Was sagst du? Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Wir sind hier. 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 Aber Kate... Wir sind hier. Wir sind sicher in der Haus. Und ich glaube, wir können mehr Essen finden in der Stadt, wenn wir einfach stärker sind. Wir sind Angst, dass wir Angst haben. Wir sind Angst, dass wir alle Leute verlassen sind. Und es wird nur noch schlimmer. Es ist besser, wenn wir jetzt verlassen können. Wenn wir noch nicht können. Aber was ist der Vater? Was wird er denken, wenn er wieder zurückkommt und wir ihn verletzten? Dein Vater würde uns das machen, Gabe. Er würde uns überleben. Wir sind überleben. Hier. Hier. In Hause. Barely. Entschuldigung, Gabe. Aber... Javi ist richtig. Wie geht's euch, und ich bleibe hier? Du bist ein Kind. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Das funktioniert. Ich kann sich selbst auswählen. Wenn ich eine Hilfe brauche, werde ich einfach... Ask meine Freunde. Gabe? Honey? Was? So weird. Uncle Javi? Ich werde dir sagen, wenn du älter bist, okay? Just sag mir. Ich kann das. Ich glaube nicht. Wir können ihn nicht sagen, Javi. Er muss wissen. Ihr Freund, Drew, aus der Straße? Er... Er... Er hat nicht getan. Er hat sich... Er hat sich... Er hat sich... Er hat sich... von ihnen zu verstanden. Also, du verstehst, warum? Warum? Warum müssen wir wegziehen? Wenn das passiert? Wenn das zu dir passiert... Ich kann es nicht. Wann müssen wir gehen? Wenn wir gehen? Morgen, da veo, als es heute in der Sühe. Ich möchte ihm ein Party geben. Es ich助ge dir einen Startpunkt. Ich werde dich einmal anziehen. Okay? Was werden wir ihm sagen? Ich möchte etwas Gutes sagen. Er ist ihm, dass wir ihn finden. Und so... Wir werden uns gemeinsam wiedersehen. Ich mag das. Ich werde es jetzt schreiben, damit wir nicht vergessen. Natürlich. Ich werde ihm helfen. Danke. Wirklich. Jetzt wird alles vorbereitet, alles mitgenommen was man mitnehmen kann. Der hat volle Baseballschläger. Und so bricht auch die Reise auf. Über den Gesetz. Die Folge wird auch wieder auf meinem Kanal kommen. Also für die, die es jetzt einschalten und dann später wegschalten, könnt ihr euch das Let's Play auf jeden Fall später auf meinem Kanal angucken. Dad? Javi? Ist das wirklich du? Ich hoffe immer, dass ich dich gefunden habe. Ich kann das gar nicht glauben. Es ist... Es ist du. Ich kann es besser sagen. Ich bin mir selbst. Ich wusste, dass du so live bist. Ich wusste es! Hey! Weapons auf! Das ist meine Familie! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was in der Hölle ist? Sie wurde getötet. Wir haben die Blöcke, aber sie ist noch blöden. Wir brauchen deine Doktor. Jetzt, David. Was ist sie auf dem Boden für? Sie hat gar nicht ein Puls. Sie ist als fucking Eis. Wie sollst du sie hier so machen? Was sollst du hier so machen? Huh? Ihr Mann sagte, put deine Hand auf. Ich sollst du, was? Ich sollst du sie einfach nicht ignorieren? Ich kann nicht auf die Frage, was sie sagst du zu tun. Nachdem, sie hat alles für dich getan. Das ist wie du sie verletztest? Sie ist in der Mitte. Aber sie hat nicht geachtet. Fuck das! Das ist meine Frau! Ich... Ich wusste nicht! Honest! Sie ist zu dem Krankenhaus. Jetzt! Der Doktor wird dich helfen, honey. Ich werde sicher. Wait, ich gehe mit dir. Sorry, aber die Rest von euch müssen direkt zur Quarantin gehen. Was für? Alle Neukomers werden für Beine geachtet. Und sie müssen alle ein paar Fragen antworten. Unsere Doktor wird die zwei von ihnen klären. Aber die Rest von euch müssen mit mir in die Quarantin-Holding-Area kommen. Okay. Lass uns das übergehen. Mach mein Job einfach, würde ich? Hör auf deinen Freund. Was auch du sagst. Lieber im guten Mitgehen und im guten das Klären. Los geht's! Los geht's! Ich denke, wir werden anfangen. Woher es wahrscheinlich ähnlich gut aussieht, aber... Na ja. Ich denke, wir werden anfangen. Woher es wahrscheinlich ähnlich gut aussieht, aber... Oh Gott! Elinor! Wenn wir das Auto gefunden haben, ohne dich in dir gefunden haben... Ich weiß nicht, was zu denken. Der Motor ist weg und sterben. Ich kam hier, um Hilfe zu suchen. Und... Das ist passiert. Ich bin so worried über Kate. Ich sagte ihnen, sie braucht einen Doktor. Sie haben mich überraschend. Sie haben mir gesagt, jemand hat sie gesehen. Sie haben mich überraschend. Sie haben mich überraschend. Ich bin so froh, dass wir sie nicht mehr finden. Sie haben ihn einfach überraschend. Sie haben ihn einfach zum Krankenhaus. Ich kann nicht glauben, dass niemand sie nachher nachher. Ich bin entschuldigung, Javi. Ich bin entschuldigung. Sie haben wirklich nicht viel Grund, dass sie nicht glauben. Die Leute hier in Richmond, sie sind die neue Frontier. Oh mein Gott. Oh ho ho, du hast noch nicht gehört. Ein von ihnen ist ein Bruder. Ich wusste nicht, du hast einen Bruder, Hobby. Hey, niemand ist mehr überrascht als ich. Ich dachte, der Mann ist tot. Wir haben nicht gesehen, David, in Jahren. Es war nur ich, Kate und die Kinder diese ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was die Wahrheit sind. Aber er war ziemlich schrecklich zu sehen. Wer dieser Mann ist, er kann nicht alles schlecht sein, richtig? Ich meine, er hat Kate geholfen, anst du sie hier abgeholt. Natürlich hat er sie in. Sie ist seine scheiße Frau. Sie sind schrecklich. Kate ist heiratet zu deinem Bruder? Die Art, wie ihr zwei agiert habt. Ich wusste nicht, dass sie einen Mann da hat. Lass uns nur sagen, es ist kompliziert. Okay? Wir sind in einem Schritt auseinandergegangen. Natürlich nach Jahren ziemlich schwierig. Ich bin in einem Schritt. 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 Ich weiß, dass du nicht vieles in Prescott warst, Hobby. Aber sie haben das Platz auf der Boden. Für keine fucking Grund. Nach dem, was du, die Leute sagst, Ich denke, dass ich nicht meine Leute sein will. Ich bin in einem Leben. Die Hölle, Hobby. Sie haben ihre Frau geholfen. Sie haben Kate geholfen. Mit all das we wissen, dein Bruder könnte sein. Unfallen. Es ist möglich, ohne Mist. Bei dem Zombi hat... was er im Krieg gegeben hat, ja. Er ist anders geworden, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen würde oder ob ich ihm nicht vertrauen würde? Was war denn? Ich bin glücklich für dich da oben. Kein Problem, was er zeigt zu anderen Menschen, er hat ein guter Herz. Vielleicht ist er unter einem Tonnen von Schein, aber es ist da drin. Aber ich hoffe, er ist der gleiche Mann, wie du erinnerst. Wenn dein Bruder wissen, was er passiert in Prescott, er hat eine Antwort für ihn. Sie alle tun. Ich schaue das zu Conrad. Ich bin nicht nur, dass die Dinge losgehen. Ich habe nie wirklich einen Ereignis von einem Mann. Aber die Leute sterben. Wir müssen die Bühne ausbauen. Wir müssen die Bühne ausbauen. Wir müssen, wie wir mit ihren Regeln spielen spielen. Gehen mit dem, was sie sagen. Für jetzt. Dann, wenn die Zeit richtig ist, dann ist es, wenn wir Justiz haben. Hey. Ich wäre hier besser gewesen, aber ich hätte es sich um... was zu tun. Nein. Ich bin nicht mehr. Komm schon! Kate ist für dich. Vielleicht ist es okay, die Frau zu warten. Was ist für die Rest, meine Freunde? Sie sind nicht gezwungen. Hurry. Geht jetzt. Es sieht aus, dass die Regeln nicht an alle, oder? Das stimmt. Einige Leute kommen hier früh früh. Die anderen bleiben lange Zeit. Tripp? Lass es einfach, okay? Smart Cookie, das ist. Javi, einfach gehen. Ich zeige dir eine gute Worte für dich, okay? Mal sehen, ob wir den Prozess ein bisschen langsamer können. Danke. Ja. Er ist mitgehört. Ich weiß nicht, ich werde nicht vertrauen. Ich habe ein ungemutiges Gefühl bei dem Typen. Auch wenn es sozusagen mein Bruder ist, aber... Kate asked für dich. Ich dachte, du willst auf sie. Hör, Javi, Gabe... Er hat mir gesagt, was ziemlich verletzt ist. Was, was ich für deine Hilfe benötigt habe. Ich kann sehen, dass du wissen, was das ist. Er hat mir gesagt, du hast Mariana verloren. Er hat mir gesagt, du hast dich nicht verletzt. Ich bin ein paar Tage. Ich bin ein paar Tage vor. Ich bin sorry, David. Sie ist... Sie ist weg. Sie ist weg. Es ist ein wunderschön, dass die gleiche Person zwei. Es ist ein wunderschön, dass du das nicht wunderschön hast. Wie verliert etwas, was du nicht wusste, du hast. Was war sie so, Javi? Sie war sehr klein, als wir uns verpasst. Wer war meine kleine Frau? Wir waren sehr gut. Wir waren sehr gut. Ihr Schreie hat mich durch viele schwierige Zeiten gefahren. Das... ...must du schön gewesen? Wie? Wie hat sie sterben? Ich erzähle mir, wie ich bin. Bitte, ich muss es wissen. Sie war einfach nur da. Sie war einfach nur da. Sie machten ihre eigene Geschäfts. Sie sahen, sie verpasst. Sie sahen, sie verpasst. Sie sahen. 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 Was ist ein Kind? Sie sahen. Sie sahen. Meine Leute sind in der Hand zu töten. David, ich war da. Sie sahen. Sie sahen Kate, auch. Ask dein Freund auf der Gate, wenn du mir glaubst. Max war ein Teil davon? Sie sahen. Sie sahen. Ich brauche, was da steht? Was ist passiert? Ich versuche genauer was passiert. Alles was du erinnerst. Die Schweren mich gibt und mich in den Tröcke. Ich bin hier in den Land, Prescott. Die gleichen Pflüge, wir da haben. Sie sich dort verpasst. Sie sahen, ihre Lieder mit dem Schweren und Teargas. Leiter? Ein verrückterer Mann mit einem Beard. Badger. Was hast du jetzt gemacht? Ich werde diesen verdammt verdammt, okay? Fass mich ein favorit. Das ist für dich selbst. Die Politik hier... hat sich nicht verletzt. Ich dachte, du war der Boss. Es gibt vier von uns, Regiment. Du musst die anderen drei empfehlen. Oder du wirst auf der Straße nach dem Morgen zurück. Ach, das Spiel mit dem was, was wir da gesehen haben. Total knackt. Das muss ich nämlich selber überlegen, hä? Sieht aber gut aus. Kein Schiff. Was sind die Chancen, dass du auf der Türkei aufstehen? Es ist ein Glück, dich zu treffen, Ava. Oh, ist es jetzt? Du hast nicht gesagt, dass er ein Mann war, David. Das ist, weil er nicht. Ava ist meine rechte Hand. Wenn es jemanden gibt, den du in Richmond trusten kannst, ist es sie. Kommt aber erst raus. Total knackt. Moller, falls du noch da bist. Am 18. Mai erscheint das. Aber kann man sich ja mal auf eine Merkliste setzen. Ich hätte es nie gemacht, ohne sie. Gabe sagte, du gehst zurück ins Haus. Am Anfang. Ich bin sorry, dass ich dich nie gefunden habe. Das ist mir egal. Wir haben uns in der Ende des anderen gefunden. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Es ist mir egal. Ich habe trotzdem nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr auf der Stadt und weg von dem Hospital. Wir sind im Streit sozusagen aus dem Mann gegangen und dann auf einmal so. Das ist mir egal. Ich konnte nicht zurück in Baltimore zurück. Ich habe mich mit meinem alten Unit. Ich habe mich mit meinem alten Unit. Ich dachte, wir können eine Sicherheit in der D.C. Ich dachte, was passiert mit Mama. Und alle anderen. Ich dachte, dass du alle sterben bist. Aber du hast dir gehalten. Weren't you? Weren't you? Somehow you found a way. This is where they're treating Kate. Don't get comfortable. When I stay in love. Hey! Hey, kid. Got everything you need? Uh, yeah. This place is like a resort. Check it out, Javi. Noodles in a cup. We need to get you some real food. Stack. Turn you into a soldier. Javi. I'm glad you're okay. I'm glad they're seeing you. Damn, it's good to have you back. Look at this family. Look at my wife. Isn't she the most beautiful woman alive? Come on. With the lights off, you could mistake me for a walker. You're a lucky man, David. We're all lucky. What? You okay? Oh, shit. I'll get the dark. I'm fine. I just needed to talk to you. Alone. I'm scared, Javi. More than I was the whole time on the road. Even when I thought I was going to die. Everything inside me screams to get away from here. These people are killers. And David? Let's just get you better, Kate. The facilities here. I don't care about facilities. We didn't line without them before. You didn't have a ruptured spleen before. These people nearly killed me, Javi. David's people. Have you forgotten, Mari? Of course not. It's always been you and me on the road, Javi. That's how we've made it this far. Please. Promise me we'll go back to that. The first chance we get. This place. It's a cage. We can't let ourselves get locked in. I'll find the way, Kate. You have my word. Rest up. You're gonna need your strength. Thanks. I feel better. Knowing we're in this together. But please hurry. I... I don't want to be left alone here. Feeling better? How you doing, sweetheart? David reported some pain. It's less now. Strange how it just comes and goes. I think she pulled her stitches when she sat up. Her stitches? I doubt it. But pain often comes in waves with abdominal wounds. I'll give you something to take the edge off, in case it comes back. Truly superlative work. I thought I'd have to operate, but... All she needed was IV fluids and some anti-bionics. How did you find someone with skills like these? A wound like this kills nine out of ten. That would be Eleanor. One of my friends you threw in quarantine. She's no use to anyone there. We should let her out. I'll vouch for her. Agreed. I'll have Ava bring her here. I want to meet this Eleanor. I'm sure she'll be an asset to our community. The rest of those guys can contribute. If that's what it takes to get free. They're all pretty handy in a fight. That's why they're all under guard. Javi and I have to go meet some people now. See if we can't prove he's worth a damn. We're gonna take real good care of you. Okay? Send my apologies, David. I won't be able to make it. Feeling okay? Fine. I just want to keep an eye on my patient. The others know my vote is with you. Come on. Remember what I said. When we meet these guys, keep what happened to Mariana to yourself. Badger is one of my guys. And I will handle him. I'll go for it. We'll be ready for the next video. I'll be ready for the next video. That's amazing, David. Das ist alles, was wichtig ist. Ah, der Bruder. Javi, treffen uns die Leute. Klint läuft Food Produktion. Die Hälfte, die du gesehen hast, das ist ihm und seine Leute. Jones ist eine Brüche für den Außenwelt. Sie handeln Kontakt mit anderen Settlements. Plein zu treffen, Javi. Ich glaube, dass du gut bist. Ich hoffe, dass du nicht so gut bist. Einige unserer Leute haben ihre Courtesie mit ihren eigenen Leben. Keine Kompläten hier. Ich verstehe, dass ihr ein Weg habt. Dankeschön. Wir müssen vorsichtig sein. Ich bin sicher, dass du das verstehst. Wir waren nur kurz zu essen. Klint versucht mich zu überzeugen, von der essenziale superiorität seiner Kreme Spinach über meine Magnificenten Black Forest Gâteau. Es ist kein Konzept. Die Spinach hat reale Nutritional-Value. Javi, schau mal auf die Tafel. Du erzählst mir, was du lieber in deinem Körper. Spinach aus Klint's Garden? Nein. Oder eine Baked Delicatie von dir, truly. Alles sieht so gut. Ich will es alles. So polite, David. Du bist sicher, dass er dein Bruder ist? Ich kann nicht glauben, einen Diplomaten. Sie immer sagen eine Sache und denken eine andere. Bitte, mach dich dich. Wir sind einfach. Wir lieben die Sprache hier. So bitte, forgive mich wenn ich mich zu retten. Wir sind oft ziemlich streit über die wir unsere Begriffe zu öffnen. Ihr Bruder's Wort counts für viel. Ist das so? The three of us, and Dr. Lingard, make all the decisions here. So, yeah. People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. Especially for the more independent-minded. There's no structure out there now. People get used to doing as they please. People telling me what to do usually rubs me the wrong way. Most feel that way when they first arrive. Usually they learn we have their best interests at heart. And those that don't? We asked them to leave. When Joan and I met your brother, he was trying his hand at fruit. Fruit? We found him slowly murdering an orchard on the Shenandoah River. Hottie-fucking-ha. I helped him bring it back to life. We had a good run there. For as long as it lasted. What happened? What always happens. You trusted the wrong damn people. That's what led us to start this. Wondering what this fine piece of body art is all about? That looks pretty intense. Doesn't it hurt? It's burned into your flesh. Of course it fucking hurts. It's a sign of commitment, not a Buddhist symbol from your year abroad. It was a crude answer to a difficult problem, and it hasn't always worked. Please understand. We had a terrible winter just after we moved here. We lost a great deal. Loved ones who left holes in our lives. Protecting my people from that kind of pain, that's what keeps me awake at night. It turned me into a perpetual night owl. I know it's a lot to ask, but I never want them to have to experience loss like that again. I'm sorry. I realize you probably lost a lot. Not fishing for pity or anything. Max? What are you doing here? I sent for him. Since when does he answer to you? From what I hear, he's well acquainted with your brother. They exchanged a few bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good. Because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Answer! We were on the run from a herd. We just needed a single can. Everyone needs gas, asshole. If you just asked, we'd have given it to you. That, that's not all. He shot Rufus. In the back. You did what? You cold cocked me with your pistol. I woke up in a truck with cable ties on my wrist. That don't make it right. Rufus was bringing you here. We wasn't gonna hurt you. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to killers. We're trying to build something different here. Everything I did out there was to protect my people. That's more than I can say for you. I'm not sure what you mean. Avi? You have something to say? One of your people. Some asshole called Badger. He put a bullet in a little girl. My niece, David's daughter. What? David, Avi, I told you I'd handle it. No, David. This cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me. He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No. We need to hear this. Go on, Avi. Sounds like you've got more to get off your chest. They overran Prescott with walkers. Ran them in on trucks. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop. I swear. David, we warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Kavi and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more. Look, we can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. Your doctor friend too. But the rest of you, you're going to have to do what they say. I'm sorry. It's out of my hands. This is ridiculous. You have to do something. I can't right now. But maybe I can down the road. Just stay alive. Okay? Super. I'll send you out to the whole Zombies. But hey, listen to yourself. Stay alive. Even if you're directly on zombies. But stay alive. Stay alive. Wahnsinn, right? Well, I would probably react the same way as my daughter would not be brought up. Yes, they survive. So. You're lucky I don't gouge your fucking eyes out with my thumbs. You hear me, asshole? David packed this. He did. They said that. Start walking. What about Eleanor? Walk. Eat shit. Answer my fucking question. God damn it, Harvey! Let go of me! This isn't going to help Eleanor. Don't make it worse for her. Do not fuck this up. There's a settlement a few miles west of here. Don't come back. Did you piss in someone's oatmeal back there? Thought you... At first... I don't know what happened back there. Yeah, well... I got a pretty good idea what's gonna happen out here. Let's just see what they gave us. Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum. They could have just shot us. More than once. Oh, how fucking neighborly. Oh, now I'm going to open it. Oh, what's that? It looks like a map. I doubt they give one everyone. Ava did say, David packed the bag. Why the hell is it tied to a baseball bat? David's sense of humor was always poorly timed. Bezweifle ich. I'm pretty sure David wants us to go there. We don't even know where the hell we are on this thing. Okay. There's Richmond. That helps. That's where we are. And that's where we need to go. Just gotta head north. And to find north... We need to find the north star. There. The end of the little dipper. No, that's the big dipper. Is that it? Yeah. I remember something about it facing toward the little dipper. Oh, there's a star that it's clear. That's it. We need to go this way. What else is in there? Not a whole lot. Flashlight. Not enough weapons. No food. Let's go. Trip, come on. What's up? I can't lose anyone else. I'm telling you. I can't. Prescott, Conrad. Maybe Eleanor. You won't lose anyone else. I won't let that happen. I'm gonna hold you to that hobby. Sorry, man. Rough day, to say the least. I know you got my back. And I got yours. Of course. After you. I got to tell you, man. I thought you and Kate were, you know, I wouldn't have guessed she was married to, not you. I ain't judging, mind you. I'm just curious. What's the story? Ain't my business, I know. But what have we got to lose out here? She's my brother's wife. She's family. She's family. End of story. Come on, man. You're not a dumbass. When it comes to these kind of things, the story never really ends. Not for everyone, at least. It's always a mess, ain't it? What's that? Who you love. Who loves you. If they're one and the same or otherwise. You know what I mean? It's just when you think you got everything figured out. Yeah, you're right. Goddamn mess. And it never quite washes out. I know Eleanor told you that she and I were... Whatever we were. But that's over now. I respect her wishes. I really do. I just wish my heart respected mine. Jesus got his eye on something. What you got for us, man? Listen. Tell me that isn't what I think it is. About a quarter mile out. Heading the same way we are. We could hit walkers any second. We better scoot. Oh, holy shit. I got it. A little devil cut. Batter up, fuckfaces. Come on, man, move your ass. You want a piece of this? That you can't just run away. That's the least. Tja, wer könnte das wohl sein? Ich dachte, dass du hier weg bist. Ich bin. Die Walken sind überall. Ich musste mich auf die Walken und die Walken gehen, um weg zu gehen. Komm schon, wir gehen in eine Faktorie, es sollte sicher sein. Ich dachte, du gehst in Richmond. New Frontier wird dich weg? Das macht mich nicht. Nicht alle. Kate und Gabe sind noch da, mit David. David? Der Mann ist noch da? Das wird wirklich wunderschön sein, aber er ist mein Bruder. Was? Warte, dieses Ort, wo wir gehen, hat David dich da? Es sollte sicher sein. Clem! Du kannst ihn nicht vertrauen, Javi. Ich habe das den schweren Weg gelernt. Hör auf Clem. Glammert zu wie Scheiße lebt. Ich wollte nie mehr Menschen brauchen. Aber ich hatte nichts anderes zu gehen. Die neue Frontier gab mir das und hat mich einer von ihnen gemacht. Sie haben gesagt, dass sie ihm helfen würden. Das war ein Lied. Jetzt fragen wir auch, was mit dem Kleinen passiert ist. Erzähl sie auch, oder? Ich weiß, was sie sagen würden. Ich weiß nicht, was sie sagen würden. Ich weiß nicht, was sie sagen würden. Achso, das ist auch wieder ohne sich zu bewegen, sondern einfach nur nach vorne zu drücken. Der Kleine. Er sieht ein bisschen blau aus. Erstmal beruhigen. Er sieht ein bisschen blau aus. Diffel Props, nicht dieser. River Oxpan. Oh, ich glaube nicht, das ist es. Hier ist es. Ich bin gut. 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 Das wird erbaut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Komm schon, David. Sie hat nur versucht, ihre Kindheit zu helfen. Wir haben genug geholfen. Wir sollten ihn in den Bäumen geholfen haben. Schau, es hilft dir. Es funktioniert nicht so, Klein. Du hast ihm ein glückliches Moment geholfen. Nichts mehr. Ich wünschte, dass ich dir sagen würde, dass es dir würde. Dann wäre es wert. Ich würde es wieder machen, in ein Herzbeid. Nichts mehr für jemanden. Wir öffnen unsere Arme zu dir. Wir machte dich ein von uns. Das ist, wie wir uns verabschieden? Durch die Steilung? Durch dich vor der Gruppe? Du bist hier fertig. Du verabschiedst unsere Regeln, Klemm. Du verabschiedst unsere Vertrauen. Ich habe richtiges Wort. Eine, die du nicht zu machen. Ja, ich mache jetzt eine. Gehe deinen Schein und raus. Vielleicht sollten wir ihm eine Chance geben. Gehe deinen Schein, Paul. Du wissen, was Joan würde sagen, wenn sie hier wäre. Entschuldigung, Klemm. Du hast das selbst gebracht. Komm schon, A.J. Wir brauchen diesen Ort auch. Nein. Er bleibt. Ich kann ihn mit dir. Das Boot ist auf dem Weg. Ich bin nicht ohne ihn. A.J. kann nicht verabschieden. All wir können jetzt machen, ist ihn zufrieden. Ich bin nicht ohne ihn. Ich bin nicht ohne ihn. Ich bin nicht ohne ihn, Klemm. Er wird nur auf dem Weg gehen. 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 Du monstern! Was ist das? Was ist das alles? Nicht vergessen. Ich bin einer von dir. Nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wir haben sie zufrieden. Wir haben sie zufrieden. Wir haben so viel zufrieden. Okay. Du hast sie zufrieden. Sag was du musst, und dann geh. Really? Klemm? Du bist ein Stück von Arbeit. Du wirst ihn? Du wirst du was. Du verdienst alles was du hast. Ich hab's auch so gemacht. Ich hab's auch so gemacht. Mein kleiner Gavau. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich in anderen Menschen vertraue. Wieder. This is what David circled on the map. Our smelly friends are back. If too many of them push against this, it might give. Gotta find a way in. What the hell is that? Ren. Blow. I can raise it a little, but I don't know if something's wrong with it. They're jammed or some shit. Maybe we can force it open. And we're gonna have to. Locked. Shit. Look for another way in! It's our only chance! Whoa, man! This thing ain't as strong as we thought! Hurry it up! Whoa! 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 Hoang! War and I have to tell you. Hot dog. We have to use here. The hot dog. 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 Hit the hot dog. We can use that floor jack to lift up the garage door. Der Wagen ist drin, hundertprozentig. 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 Aber er ist in Richmond? Der Wagen ist drin, hundertprozentig. Dann bin ich zurück. Der Wagen ist drin, hr. Der Wagen ist drin, hr. Ich bin, 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 hr. Und, hr. Ich bin, 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 hr. Mais ein halv technologies. Ich bin, hr. Ich bin, hr. Dann habe ich ihn. Ein Tund. Ein Tund. Es ist lä Hof. Ich bin, hr. Was ist denn das alles? Das könnte sich in die Hand nehmen. Ich will nicht nur nehmen, aber... Ich könnte mich nicht mehr so schlafen, aber... Ich glaube, diese kam von Prescott. Das ist Phantom Punch. Ich verstehe nicht, wie alles hier kommt. hier. Wie du nicht wissen. Hey! Keine dieser Dinge hier hatte. Ich habe nichts zu tun mit ihm. Wir haben nur ein paar Basik-Supplies hier, für scouts. Für emergenenze. Komm schon, David. Keine Brüder. Was sagst du? Dass ich ein Teil von Prescott lootieren? Du musst du wissen was. Du denkst du ich das? Das ist größer als Prescott. Sie sind von anderen Städten hier auch. Die Städte, die ich hörte, wurde seit ein paar Zeit zurückgekehrt. Hier ist Sachen von der Königin. Jetzt kommen wir da hin. Ich hab dir gesagt, Joan ist auf der Krieggebewegung. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist die Leute zu gewöhnen von all diese Sachen. Schau mal all diese Scheiße. Wir sind richtig in die Scheiße. Ich gebe dir das. Ich bin froh, dass wir noch mehr Smokes gefunden haben. Diese Scheiße ist die neue Gold. Und jetzt können wir sehen deine Kopf, du Scheiße! David! Ich dachte besser von dir, Max. Ich habe wirklich gedacht. David! Komm schon, Mann! Wir sind eine Einheit! Es gibt keine Gelegenheit! Stop! Er geht weg! Go! Geh Badger! Wer sterben die ja? Mach' ihn tot! Mach' ihn kalt! Ich hab' doch nach links gedrückt! toll du bist tot dann halt noch mal die sehner so du weg sei jetzt bist du dran oder da ist wieder kreis drücken ja dann nehmen die dose alter sage mal noch mal alle guten länge sind ja drei hochkreis warum nimmt er denn die scheiß tasse nicht warum macht er das steuerkreuz nicht mensch was war Oh! Aaaaaah! also mit dem rechten stick naja dann halt noch mal sag mal ich hab doch gedrückt da wird man doch verrückt in der pfanne dann halt noch mal um ja 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 Oh Sag mal, ich hab doch gedrückt Sag on Garsias Das ist für Marianna. Sie war eine süße kleine Frau, nur in ihrer eigenen Arbeit. Nicht mehr. Oder... Fuck her. And fuck you two. Get it over with. Come on. What are you waiting for? We've got to move. No point drawing it out. Yeah, boy. That's enough, man. He's gone. Come on. For God's sake, Javi. Get a goddamn fool to yourself. I hope they made you feel better. What the f... Sorry, but he has earned, man. He just earned. He's all yours. He's all yours. He's all yours. Oh, man. Ich wollte erst mal noch eine draufhauen. Was ist das supposed to mean? Was ist das supposed to mean? Ich habe nichts zu sagen. Start zu sprechen, oder ich versuche dich, du schreitst. Okay, okay, mach es einfach. Ich warte. Komm schon, Mann. Es war nicht so, dass wir das selbst machen. Sie sagt, wir brauchen es, um es zu überleben. Ich wollte dich in, aber sie hat mir gesagt, dass du nie gehen kannst. Ich... ich bin sorry. Es ist zu lange für Sorry, du Backstabbing-Shitbag. Bitte. Ich werde mich nicht töten. Ich werde dir, ich werde allen in Richmond erzählen. Ich werde dir zurück in die Mitte. Vielleicht wird er sinnvoll. Danke. Danke. Leben lassen nach Richmond gehen. Ich brauche das. Göttliche Innovationen. Ich... Wo ist Lonnie? Ich werde dir einen, der Mann auszupackt. Ich werde dir eine, der Mann auszupackt. Ich habe die Mann auszupackt. Das ist ein, der Mann auszupackt, der Mann auszupackt. Das macht dich besser auszupackt. Es wäre nicht besser. Ich würde mir keine Teile haben, wenn ich das so zu sein wäre. Vielleicht habe ich ihn für dein Bruder. Du hast recht, er hat es gemacht. Der Bastard verdient alles, was er hat. Warte auf, Javi. Echt wie ein Böse. Du riskierst, was du menschlich macht. Du bist nicht die Sache, die du möchtest. Javi hat meine Vertrauen gewonnen. Und wenn du einen von dir hatten, du sagst das gleiche. Ich bin sicher, dass du das richtig gemacht hast. Manchmal gibt es einfach keine andere Art, um das richtig zu machen. Mein Freund hat eine Crowbar zu jemanden. Meine Leute müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Was ist mit deinem Freund? Ich bin froh, dass du dich interessiert. Das Menschliche Leben ist nicht genau so hoch auf deinem Liste der Prioritäten. Ich habe keine Zeit, um zu schauen. Sie wollen mich nach Hause und warnen sie. Das ist das, was ich mache. Die schneller, die besser. Du bist sicher, dass du dir okay bist? Ich bin ehrlich. Ich denke, meine Reden sind besser als deine. Ich werde nicht vergessen. Du hast meine Worte. Ich denke, dass wir den nochmal wiedersehen. Irgendwann. Wir alle machen. Ich muss die Elinor wegziehen. Als sie sicher ist, ich... Ich werde sie sagen, wie ich fühle. Hey, wenn das Beste nicht ausfügt, dann muss ich mich tief in den Kopf kommen. Wir brauchen die Mitglieder in Richmond. Lingard und Clint, sie sind unsere besten. Wenn ich sie hinbekommen. Wenn ich sie hinbekommen, bevor Joan geht, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen. Aber ich kann das nicht ohne dich. Kann ich auf dich sein? Ich werde das nicht ausfügt. Ich werde das auch nicht ausfügt. Okay. Aber ich erwarte, dass wir die erste Klinik werden, wenn wir fertig sind. Keine Quarantäne für mich oder meine Freunde. Nur die verdächtige Karte. Natürlich. Whatever you need. Let's just... Get this done. Wenn Lonnie aufbauen wird, dann wird sie uns bei den Garten. Es gibt einen Weg nach hinten, der wird uns rund um die Zentren. Wir können Badger nehmen. Ich wundere mich. Ich wundere mich. Komm her. Wir müssen auf den Weg gehen. Herd ist geschlossen. Wartet, geht sofort weiter. Das einzige Update für Skylanders ist doch eigentlich nur bei Skylanders Imaginates, wo du das Update hast. Es geht nämlich um Skylanders, aber ich weiß nicht, was er für ein Teil gerade zockt. Aber es wird sie mir dann sicherlich gleich wahrscheinlich nicht schreiben. Oder sprechen. Ich denke, es wird viel besser gehen, wenn wir uns verletzen. Eine Gruppe, dieses große, kann nicht genau rund umgehen. Besonders, wenn sie uns erwartet haben. Elinor ist irgendwo. Ich gehe nach ihr. Lingard hat sie zur Klinik gebracht. Das ist dein bestes Bett. Achso, es ist abge... Hobby, das ist, wo du gehst, um Kate und Gabe zu bekommen. Dann bringe sie zu meinem Haus. Es ist derjenige mit dem Raven auf dem Hitching-Post. Wir werden alle dort treffen, nachdem ich eine kleine Besitzung zu Joan bezahlen. Vielleicht nochmal Bugsbehebung oder irgendetwas. sie werden uns bemerken. Als ich Kate und Gabe bekomme, wir sehen uns wieder in dem Haus. Roger das. Einfach mal abwarten und gucken, was das Update bringt. Vielleicht ist alles freigeschaltet oder so, dass du hier die Levels jetzt freigeschaltet kriegst, dass sie das machen oder so, weil ja wie Licht oder Schatten gibt es ja kaum noch so zu kaufen. Also es gibt es ja schon so zu kaufen, Licht und Schatten, ja. Aber es ist halt, die kosten immer noch teilweise, wenn man jetzt bei Amazon guckt, tatsächlich 100 Euro. Ja. Wir haben 30 bezahlt, zwischenzeitlich gab es die für 15 Euro. Jetzt mal im April, aber so selten, so limitiert. Wahnsinn. Deswegen vermute ich mal, dass da vielleicht so was freigeschaltet wird, weil es gab es schon mal bei irgendeinem Spiel, dass du eigentlich... bei irgendeinem Spiel war das auch mal. Da musstest du, da hast du erst nichts, hast du es aber gesehen, dass es da ist und dann haben sie irgendwann Jahre später ein Update mal rausgebracht, dann ging das auch. Ich spiele aber nicht mal, was das für ein Spiel war. Das war glaube ich auf dem PC. oder so was. Ja. Zauber. Das war so far. Let's move. Ja. You know Javi Garcia? Used to play Shortstop for Baltimore. That Javier Garcia? That's who we're looking for? Ja, das Huffer cake, Garcia. Anyway, so ist es ein paranoider Mensch. Das Mann ist ein Ballplayer. Da ist der Krankenhaus. Wir gehen in, wir gehen raus, wir gehen Kate und Gabe, wir gehen raus. Was ist mit unseren Freundinnen da? Das sieht nicht genau wie ein Willkommen-Kommittes. Okay, wir sind hier für ein paar Mal. Smokebreaker. Dammit, wir brauchen eine Distraction. So, wir sofort. Vielleicht haben sie jetzt ein Update rausgebracht, dass du hier diese 4 extra Level, die du sonst kaufen musst, dass du die da halt irgendwie jetzt freigeschaltet gekriegt hast oder so. Musst du mal gucken, dass es auf der Treppe, wenn du Level 3 oder 4 gespielt hast, erscheinen die dann. So, hat das funktioniert. Du musst zerstören, doch es darf nicht dir gehören. Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Geht sofort. Ich bin nur gespannt, wenn nächstes Jahr die Season als komplette Staffel rauskommt, also wo alle 5 Folgen draus sind, dann werde ich mir definitiv die CD dann holen, weil wenn die irgendwann das Spiel vielleicht nicht mehr unterstützen, dass ich wenigstens die Season habe. Einfach mal überraschen lassen. Ich meine, es ist ja die Season-CD, das heißt rein theoretisch, wenn ich jemand anders das gebe, kann er sich das auch runterladen. Aber, ähm, ja, ich finde es immer besser, wenn man alles auf einer CD hat, als es dann noch negativ, äh, nicht negativ, sondern nebenbei halt runterzuladen. Ich finde, wie er noch nicht mehr in charge war. Sie hat immer gesagt, dass Gabe und ich nicht mehr Gedanken haben, aber es hat mich nur mehr Gedanken gemacht. Ich habe ein schlechtes Gefühl von ihr. Sie ist eine schreckliche Frau. Aber keine Angst, David wird sie verraten. Er weiß, was zu tun. Schrecklich? Die Leute, die dich verraten, antworten sie. Trotzdem aufgehalten werden, definitiv. Was passiert? Tripp sagte, dass wir nicht in der Hause David gehen. Wir machen nicht das. Wir sind weg von Richmond, bevor es zu früh. Gehen raus? Du solltest nicht sogar sitzen. Was? Was ist mein Vater? Wir können nicht nur ihn verlassen. Gabe, wir nicht mehr wissen, wer ist. Wir müssen weggehen, bevor er uns alle getötet. Aber, aber er wird nicht wissen, wo wir sind. Ich bin gespannt, Gabe, aber wir müssen rauskommen. ganz ehrlich wir tun mal so als ob also ganz ehrlich ich würden da lassen weil von anfang an ist eigentlich schon so ein bisschen ja und ganz ehrlich ich brauche so was im team nicht ich bin so oft die vierte und fünfte folge dann noch gespannt wie das alles enden wird ich meine natürlich er wird sein vater und so aber er hat seine schwester verloren und 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 aber wir hätten ihn schutz geben können weil keine ahnung wo er ist alles ein bisschen eigen es ist es ist es ist es ist es ist was er und das ist was du w w w we gott so close in the last few years hey i thought gay would want to stay with us Allers Und ich würde sich erklären, euch selbst zu erzählen. Ich würde schnell sprechen, schnell und sicher. Lass jetzt. Wir waren gerade auf der Weg raus. Das ist er, nicht wahr? Der Bruder? Ich dachte so. Bring ihn in. Kate! Run! Nein! Warum? 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 Ihr hört es aber, wie ich nicht male, die Alter. Wir haben Freunde hier, Mitglieder. Na, mach mal. Das war's! Über dem Gesetz hast du den Wunsch deines Bruders respektiert. Du und 65% der Spieler verlangten Gerechtigkeit für den Mord. Hast du versucht AJ zu retten? Ja. Du und 65% der Spieler schlugen blätter Schädel ein. Der Spieler töteten schnell diesen zu... Jemand anderes? Okay. Mäßig ist mit sich zurück. Ich ist zuletzt geschlagen, schlossen mit Kate zu gehen. Ja, sieht doch gut aus. Brauche ich nicht kaufen, habe ich bereits schon getan. Und das sogar gebraucht günstig. So, das war also die dritte Episode. Die vierte folgt in drei Monaten. Soweit ich das weiß, geht das alle drei Monate. Das heißt, die kam ja jetzt Anfang April raus. Das heißt, April, Mai, Juni, wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli wird dann die Folge sein. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge von The Walking Dead. Und ja. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü tschü.